Hey, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Thief the Dark Project Gold. Ich hoffe, die Hintergrundmelodie ist euch nicht zu laut. Ich find's gerade halbwegs angenehm, weil ich zumindest höre, was hier los ist. Und ich würde sagen, ich hab mal wieder meinen Timer vergessen. Entschuldigung, kleinen Moment. So, da bin ich wieder. So, noch kurz den Timer stellen. Ich weiß, es ist ein bisschen scheiße, wenn ich den immer wieder vergesse, aber ich hoffe, es will jetzt hier keiner in die Tür rein. Oder höre ich den hinter mir? Oh mein Gott. Komm schon, starten. Dankeschön. Ähm, ich find's gerade ein bisschen sehr dunkel hier, oder? Komm mir das nur so vor. Mal ganz kurz die Gamma-Einstellungen testen. Äh, Video, Gamma ist ganz hoch. Okay. Ja gut, ähm, kann man wohl nicht ändern. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Von wo höre ich denn diese verdammten Schritte? Ach, von da. Okay. Ach, hier ist eine Wand. Und da hinten kommen noch mehr. Oh mein Gott, wie viele das einfach sind. Okay, ich glaub, der eine kommt jetzt auch in unsere Richtung. Ich hoffe, der andere... Ich hoffe, dass der rechte jetzt irgendwo abhaut. Dann kann ich den linken hier vielleicht umhauen. Ja, der läuft weg. Oh nein, da kommt direkt der Nächste. Der da aber reinläuft, das ist sehr schön. Und zack. Okay, das hat schon mal funktioniert. Das ist sehr schön. Und zurück, 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 zurück. Ich seh hier wirklich überhaupt nichts. Gott, ist das schrecklich. Ich seh nichts. Ist egal, leg ihn ab. Ähm, wird schon schief gehen. So, warten wir auf den Nächsten. Da kommt direkt der Nächste. Da kommt direkt der Nächste. Gott, ich will ja einfach rumrennen. Nee, ist ja schrecklich. Okay, und damit wäre der Nächste ausgeschaltet. So, hier. Geh schlafen zu deinem Kumpel. Und dann fehlt jetzt nur noch einer. Ich glaub, das war ein Bogenschütze. Nee, ist ein Schwertkämpfer. Okay. Aber es sieht nicht so aus, als würde der hier rüberkommen. Okay, einmal schnell speichern. Ist das schnell speichern? Nein, lass es schnell speichern. Ähm. Gut. Die schnarchen sich hier hinter mir ein. Oh, das kann ich ja gar nicht ausmachen. Scheiße. Kommt der jetzt hier längs? Oh, cool. Sieht aus, als würde der auch hier längs kommen. Das ist wunderbar. Dann können wir ihn doch ausschalten. Das ist ja perfekt. Dann hab ich hier zumindest erstmal meine Ruhe. Danke schön. So. Nummer 3. Ausgeschaltet. Das ist sehr schön. So soll das sein. Lass ihn fallen, Garrett. Danke. Halt. Bevor ich jetzt da rausgehe, einmal speichern. Okay. Ähm. Tür zu. War so klar, dass das hier zu ist. Ich habe keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist, dass ich jetzt hier reingehe. Das wird sich dann zeigen. Ach, komm schon. Und? Mein Gott, was ist das für eine schwierige Tür? Meine Güte. Oha. Ach. Ach, komm schon. Weg damit. Oh mein Gott. Warum ist das hier überall so dunkel? Ich sehe überhaupt nichts. Der steht, oder? Gute Nacht. Ich glaube, der hat uns bemerkt. Aber ist dann nicht aufgestanden. Ist hier irgendwo eine Kiste? Schwarzes Bild. Toll. Mein Gott. Ähm. Ich bin mir sicher, dass es hier irgendwas zu holen gibt. Genau das. Und das. Ähm. Ja. Was haben wir hier? Ach so, ich glaube. Ja, Captain Regalio. Ich glaube, in der Expertenstufe muss man hier dieses Medaillon stehlen. Ähm. Um ein Missionsziel abzuschließen. In meinem Fall war das zwar unwichtig, aber es bringt mir ein bisschen Geld ein. In demnach finde ich das auch ganz gut. Jetzt hauen wir uns natürlich wieder die Tür vor den Kopf. Ich höre dahinter auch irgendwen schnarchen, ich glaube. Die Wachen hier sind ziemlich faul. Ich bin auch, soweit ich weiß, noch gar nicht im Hauptturm. Oh, na klasse. Hier wird mal ein bisschen gepolstert. Uff. Holy shit. Nein. Nein. Au, au. Hehehe. Ähm. Ach nein. Ah, ich habe danach nicht mehr gespeichert. Ist doch zum... Mann, oh. Habe ich wenigstens einen Schlüssel davon? Ja, damit komme ich bestimmt weit. Ach ja, also muss ich diese Tür nochmal aufschließen. Was soll's. Es ist schade, dass ich hier leider die Story nicht so ganz verfolgen kann, wie es gerne würde. Einfach, weil ich die meisten der Texte nicht wirklich verstehe. Beziehungsweise das Englisch relativ schwierig ist. Was? Hey! You're over there! Don't move! Ah! Ach nein! Kommt schon, Mann! Was soll denn das? Das hat doch gerade funktioniert. Ach Mann, das ist doch nervig. Jetzt funktioniert schon wieder alles. Alles nicht mehr hier. Oder muss ich hier auch polstern? Wie viele Moosfeile habe ich denn eigentlich? Ich muss gleich mal gucken, wie viele Moosfeile ich habe. Ich habe doch eigentlich in dem Erdturm viele eingesammelt. Ja, müsste das doch funktionieren, dass ich das Ganze ein bisschen auspolstere hier. Autsch. Nee, fünf nur. Was zum Henker. Naja, komm. Passt. Ich sehe natürlich überhaupt nicht, wo ich hinschieße gerade. Ah! Oh Gott! Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Was zum Henker war das denn? Man hat ihn doch in dem ersten Moment noch schnarchen gehört. Oh mein Gott. Okay, ich mache das anders. Ich werde einfach... Ich kann das mit dem mit dem... Oh Gott, mein Herz. Ah! Wi-Fi. Oh Gott! War das jetzt gerade, weil Garret geredet hat? Weil dann wäre das ja richtig dämlich eigentlich, dass der da dann anfängt zu quatschen. So, Leute. Ich habe keine Ahnung, ob ich ihn treffe. Offensichtlich treffe ich ihn nicht. Ach, ich sehe aber auch nichts. Das ist doch zum... Habe ich Minen? Nein, offensichtlich habe ich keine Minen. Ich habe ehrlich keine Ahnung, wie ich das anstellen soll hier. Feuerpfeile. Nein. Kleinen Moment. Erstmal speichern. Ja, genau. Davon wird er nicht wach. Ist klar. Jetzt kann ich die... Doch, da ist der Feuerpfeil. Oh! Oh! Hauptsache, der schläft einfach mal wieder. Okay, jetzt versuche ich das einfach noch einmal. So. Ach, jetzt ist er auf einmal tot. Oder? Ja. Korps. Toll. Jetzt bringt mir das noch wahnsinnig viel. Jetzt bringt mir das noch wahnsinnig viel. Habe ich irgendwie eine Fackel oder sowas? Das wäre ja optimal. Jetzt sehe ich natürlich... Jetzt sehe ich überhaupt nichts mehr. Ah, hier ist ein Wasserpfeil drin. Schau mal eine an. Hier sind noch Pfeile. Dafür, dass ich gar nichts sehe, kann ich hier noch ordentlich Loot mitnehmen. Sieht so, Captain Regalio hat sich auf den Mageln behalten. Gut, dass er mich nicht behalten kann. Tja, jetzt ist hier natürlich noch mal ein Pünktchen von den Feuerpfeilen zu sehen. So, dieses Mal vergesse ich das Speichern aber nicht. Hälfte des Parts wieder dafür draufgegangen, dass ich hier versuche, an dieser Scheißwache vorbeizukommen. Okay, hier war, glaube ich, Fliesenboden. Das heißt, hier hatte ich aber gepolstert. Okay. Muss ich das hier jetzt genauso machen? Scheiße. Okay, cool. Ups. Hä, was war das denn jetzt? Okay, den kann ich wieder einsammeln. Den da hinten wohl auch. Ja, gut. Mit dem Kopf in der Truhe. Ja, 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 ja. Hier, komm, leg dich schlafen. Ja, Pfeile. Hier ist mal wieder nichts. Oh, das ist doch so... Zum Mäuse melken ist dort. Sieht aus, als wäre ich hier in den Schlafgemäßern der Wachen gelandet. Was denn? Hier kann ich nicht aufschließen. Ah, doch. Mein Gott. Hier schnarcht aber ganz schön laut, meine Freunde. Ach, ich glaube, das ist aber nur ein Bediensthitter. Okay, aber nervig sind die trotzdem. Ich überrasse. Ich überrasse. Hier, er hat eine Schwert. Hä? Habe ich doch gar nicht rausgeholt. Ey, nein, 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 nein. Ah. Huh. Dankeschön. Dann kannst du ruhig liegen bleiben. Ach, Mensch. Diese scheiß Bediensteten. Gehen einem doch ein bisschen auf die Nerven. Jetzt hatte ich hier extra ausgepolstert, meinen schönen Moosfeil verballert für nichts. Ups. Ach, was denn? Die hier ist auch noch wach. Hi. Überraschung. Im besten Fall würde ich dich sofort ausschalten. Gute Nacht. Hey, die hatte was am Gürtel. Momentchen mal. Komm mal kurz ins Licht, meine Liebe. Da. Dankeschön. So, jetzt kann ich dich gerne auf dein... Ist hier irgendwo ein Bett? Ich habe keine Ahnung. Wenn nicht, ich hoffe, du liegst bequem. Da ist auch noch was. Wonderful. Gut, die Türen habe ich jetzt alle durch. Hier scheint offensichtlich auch keiner mehr rumzulaufen. Dann werde ich jetzt hier aber mal die Fackel löschen. Damit ich hier mal ein dunkles Plätzchen zum Speichern habe. So. Okay. Wo geht es jetzt weiter? Rechts, links, Mitte. In der Mitte geht es zum Hauptturm, soweit ich weiß. Oder? Nein. Keine Ahnung. Wah. Hm. Nice, nice. Hier sehe ich wieder nichts. Das scheint aber auch nur eine Wand zu sein. Dann geht es hier weiter. Auch nur ein Raum. Ich könnte echt eine Fackel gebrauchen. Ich sehe hier überhaupt nichts. Ich weiß nicht, wie das nachher in der Aufnahme rüber kommt. Ob ihr vielleicht mehr seht als ich. Aber ich habe gerade einfach nur reine Dunkelheit. Naja. Falls hier irgendwas war, kann ich es leider nicht mitnehmen. So. Hier jetzt noch einmal speichern. Oh. Okay. Wo bin ich denn hier? Auf dem Balkon. Okay. Hier komme ich eh nicht raus. Das ist irgendwie blöd. Bringt mir also rein gar nichts. Heißt also, ich gehe hier zurück. Und gehe dann weiter hoch. So. Tür wieder zu. Danke sehr. Geht es hier hoch? Hier scheint es hoch zu gehen, ja. Hä? Ich sehe nichts. Ich gehe jetzt einfach dahin, wo mich mein Instinkt so ein bisschen hinleitet. Aber ganz ehrlich, ich sehe nichts. Doch, ich glaube. Oh. Okay, jetzt sehe ich langsam was. Puh. Okay. Jetzt, jetzt, jetzt sehe ich so langsam wieder. Jetzt natürlich wieder nicht mehr. Oh, das war so schlau. Oh Gott, ich bin so schlau. Okay, die nächste Lichtquelle lasse ich an. Einfach damit ich irgendwas sehen kann. Okay. Äh. Wah. Ich möchte eigentlich die Lichter gar nicht mehr ausmachen, weil ich weiß, dass ich da nichts mehr sehe. Das ist doch zum verrückt werden. Hä? Hä? Oh. Oh no. Kann ich dich mit Wasserpfeilen platt machen? Echt? Kann es ja mal versuchen. Wow. Das ging ja viel zu schnell. Tschüss. Mir nimmt keiner meinen Breath weg. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ach so, jetzt bin ich wieder hier. Na super. Hier will ich doch gar nicht hin. Okay. Weiter hoch. 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 Mein Gott. Okay. Jetzt müsste ich hier eigentlich ganz oben sein. Das müsste der Trakt sein, wo der Erdtalisman zu finden ist. Dann könnte ich in diesem Part eventuell sogar schon... Aber nein. Das kann doch gar nicht sein. Ist ja auch Blödsinn. Ne. Hä? Wie komme ich denn hier rein? Ach da. Na super. Na super. Okay. Kleinen Moment. Ja. Okay. Hier bin ich richtig. Das, was ihr da vorne seht, das ist der Erdtalisman oder einer der Erdtalismane, die hier oben sind. Könntet ihr mal die Klappe halten? Ich versuche gerade etwas zu erklären. Danke. Okay. Kleinen Moment. Ich muss mal ganz kurz... Options. Audio. Die Volume mal ein bisschen runterstellen hier. Oh. Jetzt ist das Bild irgendwie... Ah, jetzt. So. Irgendwie ist das gerade wahnsinnig laut gewesen. Also das hier ist einer der Erdtalismane, die hier oben rum liegen. Es gibt mehrere davon. Ich glaube... Oh, nein. Das ist nicht gut. Die hier wollte ich haben. Ich glaube, es sind acht, wenn ich mich nicht ganz irre. Und hier rennen jetzt die ganze Zeit die Magier rum. Jetzt reden sie natürlich gar nicht mehr. Toll. Hä? Okay. Äh. Ist mir jetzt schnutz. Okay. Hallo? Ich muss mehr als einen Feuerpfeil um zu sterben. Wartet ganz kurz. Irgendwie scheint da gerade die... Scheiße. Das mit dem Audio stimmt hier nicht so ganz. Ähm. Ich würde sagen, ich beende den Part an dieser Stelle. Und versuche gleich das Spiel einfach nochmal neu zu starten. Das kommt auf jeden Fall jetzt noch ein paar Detail. Logischerweise. Das Spiel geht ja weiter. Und, ähm. Und, ähm. Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Den Erdtalisman holen wir uns dann im nächsten Part. Äh. Und, ja. Schaut wie in meine Videobeschreibung, wichtige Links und so. Und schaut auch auf meiner Facebook-Seite vorbei. Dann verpasst ihr auf jeden Fall keines meiner Videos mehr. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.